Moos, was stellt er so an? Sie wissen am besten, was das letzte Jahr seiner Seele abforderte. Es gibt Rückschläge, von denen man sich nie so richtig erholt. Nicht vollständig. Müder sehen Sie aus. Die Arbeit zehrt. Passen Sie auf sich auf. Ich bin nicht mehr der Narr von früher. Diesen Narren mochte ich ganz gern. Man trifft üble Entscheidungen und muss die Konsequenzen tragen. Und ja. Ich muss für Gerechtigkeit sorgen. Kein Wunder, dass sich keine anständige Frau ansehen will. Sind Sie liiert? Nein, nein. Nein, Moment nicht. Moos. Glaub nicht alles, was du hörst. Was wir hassen, bestimmt uns genauso wie was wir lieben. Jeder wählt seine Mannschaft aus. Ich war immer der Letzte beim Auswehren. Der, den keiner in der Mannschaft haben wollte. Ich habe sie gewählt. Mein Gefühl sagt mir, dass da etwas beginnt und nicht ändert. Hoffentlich liegen Sie falsch. Der übertriebene Konsum von Alkohol kann leicht in eine Depression führen. Und wir treffen unter seinem Einfluss selten kluge Entscheidungen. Sie waren der Säufer im Bus, nachdem wir die ganze Zeit suchen. Wenn Sie nicht zu betrunken gewesen wären, hätten wir einen glaubwürdigen Zeugen. Es ist keine Schande, wenn man Hilfe braucht. Ich brauche keine Hilfe. Die Sonne geht immer wieder auf. Sie lässt nur hin und wieder etwas länger auf sich warten. Sie lässt nur hin und wieder auf.